Leidest du unter Tränensäcken oder unter Augenringen oder unter dunklen Schatten unter den Augen und überlegst du dir, eine Unterlidstraffung oder einen Tränensack-OP durchführen zu lassen, dann ist das Video für dich hier genau richtig, denn ich erkläre dir genau, worauf es dabei ankommt. Beim Entfernen der Tränensäcke ist es ganz wichtig, dass die Operation sorgfältig und von einem Spezialisten durchgeführt wird, der diese Operation sehr häufig durchführt. Die Operation an den Unterlidern ist deutlich aufwendiger als die Straffung an den Oberlidern. Das kommt daher, dass beim Unterlid sehr, sehr viele Faktoren mit reinspielen, wie die Position der Wange, die Straffheit der Unterlider und eben auch das Vorhandensein von den Fettpölsterchen, die die Tränensäcke sind. Dabei kommen wir auch schon zur Ursache der Tränensäcke. Viele Menschen denken, dass das Wassereinlagerungen sind, aber in Wirklichkeit ist das ein Fettpolster unter dem Auge, was sich im Lauf des Lebens weiter nach vorne wölbt und was die Tränensäcke macht. Und unter den Lidern ist die Haut an den Knochen von der Wange angeheftet und dadurch kann sich das Fett nicht nach unten ausbreiten. Und deswegen stülpt es sich so als Tränensäcke nach vorne. Bei den meisten Vor- und Nachher-Bildern von Unterlidstraffungen oder von Tränensack-OPs sieht man auch, dass die Tränensäcke wirklich verschwunden sind. Denn wenn man die Operation richtig durchführt, kann man das Fett entweder entfernen oder verteilen und so durch wieder eine gleiche und glatte Oberfläche generieren. Die Narben bei einer Tränensack-Operation oder bei einer Unterlidstraffung verlaufen unterhalb der Wimpern und ein kleines bisschen noch zur Seite. Denn meistens, wenn man die Haut schön nach oben strafft, entsteht auch hier seitlich vom Auge ein kleiner Hautüberschuss, der auch mit entfernt werden muss und deswegen muss die Narbe ein bisschen länger sein. Die Kosten für so eine Unterlidstraffung hängen davon ab, wie aufwendig die Operation gemacht werden muss. Und die können von 2.000 Euro bis 8.000 Euro gehen, je nachdem, wie aufwendig das Ganze ist, ob man die Wange noch ein bisschen anhebt und was man genau behandelt. Durch eine individuelle Beratung bei einem Spezialisten für diese Operation kannst du genau herausfinden, wie aufwendig die Operation bei dir ist und davon ist auch der Heilungsverlauf abhängig. Der Heilungsverlauf bei einer Tränensack-Operation oder bei einer Unterlidstraffung ist so, dass man etwa nach zwei Wochen wieder komplett einsatzfähig ist und wieder in sein normales Umfeld zurückgehen kann und das nicht mehr vielen nach außen sichtbar ist. Wenn du jetzt Interesse daran bekommen hast, deine Unterlider operieren zu lassen und deine Tränensäcke entfernen zu lassen, dann such dir doch einfach einen Spezialisten vor Ort oder komm gerne zu uns in die Doro-Klinik und lass dich unverbindlich beraten und lass den Arzt einfach anschauen, was bei dir genau gemacht werden muss und was das Ganze auch kosten würde. Liebe Grüße von mir aus der Doro-Klinik, dein Andreas Doro.